Die Katze schläft. Die Katze schläft. Die Katze schläft. Er ist der Beste. Er ist der Beste. Er ist der Beste. Der Junge hat den Ball zum Geburtstag bekommen. 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 Den Ball hat der Junge 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 zum Geburtstag bekommen. Du bist ein guter Schüler. 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 Du willst einmal ein Lehrer werden. Du willst einmal ein Lehrer werden. Du willst einmal ein Lehrer werden. Das Pferd des Reiters ist weiß. Das Pferd des Reiters ist weiß. Das Pferd des Reiters ist weiß. Nogo의 말이 흰색입니까? Wessen Pferd ist weiß? Wessen Pferd ist weiß. Wessen Pferd ist weiß? Nogo의 말이 흰색입니까? Wessen Pferd ist weiß? Wessen Pferd ist weiß. Wessen Pferd ist weiß. Der Junge schenkt seiner Freundin die Blumen. 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 그 소년이 누구에게 꽃을 주겠습니까? Wem schenkt der Junge die Blumen? 그 소년이 누구에게 꽃을 주겠습니까? 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 Der Ball liegt auf dem Tisch. Der Ball liegt auf dem Tisch. Der Ball ist unter 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 dem Tisch. 나는 창문 옆에 앉아 있다. Ich sitze neben dem Fenster. 나는 창문 옆에 앉아 있다. Ich sitze neben dem Fenster. Ich sitze neben dem Fenster. Kugite be a Peter. Der Ball ist vor dem Tisch. Der Ball ist vor dem Tisch. Der Ball ist unter dem Tisch. Kugite be a Peter. Der Ball ist unter dem Tisch. Der Ball ist hinter 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 dem Tisch. Kugite be a Peter. Der Ball ist zwischen den Tischen. Der Ball ist zwischen den Tischen. Der Ball ist zwischen den Tischen. 02-Table 사이에 있다. Der Ball ist zwischen den Tischen. Der Ball ist zwischen den Tischen. Der Ball ist zwischen den Tischen. 다음에 이어서 공부합시다. 여러분의 구독 클릭은 저의 제작에 큰 격려가 됩니다.